Ihr heiratet im August im Fernsehen? Wann heiratet ihr denn endlich wirklich? Wir. Werden wir beide jetzt? Ja klar. Toleranz wird groß geschrieben und stolz ist man auch. Das ist nämlich das Motto des diesjährigen CSD. Stolz bewegt. Nochmal die Jungs aus der verbotenen Liebe, die privat natürlich doch kein Paar sind. Köln ist immer ein bisschen wärmer, aber heute haben wir in Köln ja gefühlt so 9000 Grad Celsius. Und das ist selbst für Köln echt einzigartig. Brüllende Hipsel. Brüllende Hipsel.